Ich habe mir übrigens für das Video heute und für die zukünftigen Videos ein kleines Studio eingerichtet, davon seht ihr jetzt nicht ganz so viel, nur das Regal hinter mir, was wie ich finde aber auch ziemlich clean aussieht. Ich habe weder coole Dekoartikel, noch habe ich Geld um mir sowas zu leisten, also habe ich einfach irgendwelche Sachen aus meinem Haus genommen, damit das nicht ganz so leer aussieht. Jetzt aber zum eigentlichen Video, heute soll es um Palmöl gehen. Einen großen Teil davon findet man in Biodiesel wieder, aber auch wenn wir im Supermarkt stehen, ist in über 50 Prozent der Produkte Palmöl enthalten. Überwiegend in Lebensmitteln, in Cornflakes, Margarine, Fertiggerichten, Toast. Es ist eigentlich einfacher aufzuzählen, in welchen Produkten kein Palmöl ist. Aber vor allem in dem Kollegen hier. Dieses Glas bzw. der Inhalt besteht Nachzucker zum größten Teil aus Palmöl. Das ist auch der Grund für die cremige Konsistenz. Palmöl ist ein Pflanzenöl, das zum größten Teil aus Fett besteht und erstmal einen super Eindruck macht. Es ist günstig zu produzieren, einfach zu gewinnen und die Ölpalmen, aus deren Früchten eben das Öl gewonnen wird, die brauchen deutlich weniger Anbaufläche und haben einen größeren Ertrag als zum Beispiel Raps. Außerdem hat es eine sehr gute Konsistenz und ist geschmacksneutral. Man kann es also für alles mögliche verwenden, in China und Afrika sogar zum Kochen. Auch Biodiesel, das zu einem großen Teil aus Palmöl besteht, ist erstmal deutlich besser fürs Klima. Und außerdem ist es ziemlich gut auf eine Ressource zurückzugreifen, die man nicht komplett verbraucht, sondern die schnell nachwächst. Das trinkt ja alles erstmal mega gut und auch Nutella bezeichnet das Palmöl auf ihrer Website Nutella.com als unbedenklich wie alle anderen hochwertigen Pflanzenöle. Beim Erarbeiten und Erhitzen von Palmöl entstehen zwar oft schädliche Stoffe, wir glauben Nutella aber einfach mal, dass es bei ihrer Produktion nicht passiert und darauf geachtet wird. Aber selbst wenn es für uns gesundheitlich erstmal nicht großartig bedenklich ist, gerade weil es so einfach zu gewinnen und so viel gefragt ist, steigt natürlich die Produktion. Wir Deutschen verbrauchen allein schon knapp 2 Millionen Tonnen jährlich, das sind umgerechnet über 3000 durchschnittliche Hallenbäder. Man sieht in der Statistik hier, dass sich seit 2002 die Palmölproduktion weltweit mehr als verdoppelt hat. Aktuell sind es zwischen 70 und 80 Millionen Tonnen im Jahr, die produziert werden. Und ja, ich habe vorhin gesagt, dass Palmöl deutlich weniger Platz, also Anbaufläche braucht, als eben z.B. Raps oder Soja. Laut Statista kann man auf einem Hektar etwa 3,8 Tonnen Palmöl, aber nur 0,8 Tonnen Rapsöl im Jahr erzeugen. Das heißt, dass man, wenn man die gleiche Menge Rapsöl in der gleichen Zeit haben möchte, man fast 5 mal so viel Platz braucht. Trotzdem, auch wenn man weniger Platz braucht, ist die Nachfrage so groß, dass immer wieder Platz für neue Ölpalmenplantagen geschaffen werden muss. Und genau das macht die ganze Nachhaltigkeit hinter Palmöl nicht nur zunichte, sondern erreicht genau das Gegenteil. Zum einen wird sehr viel Tropenwald gerodet. Allein dabei wird schon eine große Menge an CO2, also Kohlenstoffdioxid, in die Atmosphäre befördert. Und zum anderen fehlt an der Stelle dann ja der Regenwald, der Kohlenstoff dann in Zukunft binden kann. Gerade in Südostasien, in Mooren, gibt es große Flächen Torfboden. Moore sind zwar in ihrer Entstehung erstmal klimaschädlich, weil sie Methan abgeben, speichern aber extrem viel Kohlenstoff. Nur 3% der Erdoberfläche besteht aus Mooren, trotzdem speichern sie doppelt so viel Kohlenstoff wie alle anderen Wälder der Erde zusammen. Um Platz für die Plantagen zu bekommen, wird der Torfboden entwässert und dadurch wird Unmengen an Kohlenstoff freigegeben. Vor einigen Jahren hat die Firma Ricky Kurniawan Kerta Persada 1000 Hektar Torfsumpfwald abgebrannt. Zum Vergleich, die größten offiziellen Fußballfelder sind gerade mal 1 Hektar groß. Danke an der Stelle an meinen Kameraakku. Der Klimaschutz lässt auf jeden Fall grüßen und nicht nur der, sondern auch der Tierschutz. Diese 1000 Hektar sind natürlich eine unglaublich große Fläche und da leben nun mal auch Tiere. Man sollte sich dann mal vor Augen halten, dass es nicht nur unwahrscheinlich, sondern wahrscheinlich auch unmöglich ist, diese große Fläche von Tieren zu evakuieren. Also kann man sich wahrscheinlich denken, was mit den Tieren passiert. Orang-Utans sind übrigens genau deswegen auch vom Aussterben bedroht. Glaubt jetzt ja nicht, dass das Geschäft nur den Tieren schadet. In Bezug auf Arbeitsbedingungen und moderne Sklaverei zeige ich euch jetzt einen Ausschnitt, bei dem es um einen Zwangsarbeiter aus dem Ausland geht, der auf Palmöl-Plantagen von morgens bis abends gearbeitet hat, ohne bezahlt zu werden. Aus Angst vor Repressalien möchte er nicht erkannt werden. An seine Zeit auf der Plantage hat er schlimmste Erinnerungen. Ein anderer Zwangsarbeiter ist zum Beispiel zur Polizei gegangen, weil er wieder zurück in sein Land wollte. Die haben ihn dann aber einfach wieder auf die Plantagen geschickt. Kuss geht auf jeden Fall raus an die Polizei. Ich sagte der Polizei, dass ich aus Kambodscha komme und zurück wolle. Doch die Beamten verstanden mich nicht, schüttelten mit dem Kopf und schickten mich zurück auf die Plantage. Nutella zum Beispiel brüstet sich auch mit dem RSPO-Siegel, das sich auf die Palmöl-Plantagen bezieht. Das RSPO-Siegel wurde vom WWF eingeführt und ist prinzipiell erstmal eine gute Sache. Es stellt nämlich Anforderungen an die Palmöl-Plantagen. Im großen Ganzen wirkt es aber so, als ob viele Unternehmen das Siegel nur aus Imagezwecken verwenden und die Anforderungen für dieses Zertifikat, die sind schwammig. Zum Beispiel keine Rodung von besonders schützenswerten Wäldern für neue Plantagen. Das ist super ungenau und auch wenn es später angepasst wurde auf keine Brandrodung für neue Ölpalmen-Plantagen. Es gibt immer wieder Unternehmen, die Wälder trotz diesem Siegel roden. Dann gibt es noch Punkte wie möglichst keine großflächigen Anpflanzungen auf empfindlichen Böden. Sie sollen verantwortlich mit Ökosystemen und Umwelt umgehen. Pestizideneinsatz reduzieren und dokumentieren und so weiter eben. Also größtenteils echt nur Wischi-Waschi-Anforderungen. Klimawandel und moderne Sklaverei sind in unserer Welt ein riesiges Thema, auch wenn wir das nicht immer direkt mitbekommen. Palmöl ist ein großer Teil davon. Komplett darauf zu verzichten ist eigentlich unmöglich, aber man kann ja versuchen, so gut es geht, darauf zu verzichten. Es gibt einige Nutella-Alternativen, die sind aber, um ehrlich zu sein, alle nicht so das Wahre. Zum Beispiel diese Schokocreme von Jahr. Die habe ich einmal probiert und dann stand die ungelogen bei mir zwei Jahre in der Schokolade. Meine Mutter hat mir immer viele nützliche Dinge mit auf den Weg gegeben. Zum Beispiel beim Straßeüberqueren immer zweimal nach links und einmal nach rechts zu schauen. Aber auch Ovo Maltine. Das ist so eine ziemlich leckere Schokocreme, ähnlich wie Nutella, nur mit so crunchy, knusperen Müsli-Flakes oder sowas drin. Und das ist jetzt kein Placement. Die ist halt so viel besser als Nutella, nur leider auch ein bisschen teurer. Aber lustigerweise nicht mit Palmöl, sondern mit Schweizer Raps hergestellt. Ich werde in ein paar Tagen 20 und ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit werde weder ich noch ihr irgendwas Schwerwiegendes durch den Klimawandel miterleben, aber unsere Kinder sehr wahrscheinlich. Also haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder versuchen wir auf Palmöl zu verzichten oder verhüten. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch bewusst war, wie viel Palmöl ihr eigentlich zu euch nimmt und natürlich auch wie ihr das Video fandet. Es ist gerade 17.29 Uhr und das Leben macht mehr Spaß, wenn man mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.